Kaum ein Künstler hat die Welt so geprägt wie Michelangelo. Wenn du heute einkaufen gehst, ein T-Shirt probierst und dich dann über deinen Bauch ärgerst, dann hat Michelangelo nicht Schuld. Denn er hat das männliche Schönheitsideal über viele Jahrhunderte geprägt. Er hat für seine Zeichnungen auch Leichen seziert, um den menschlichen Körper genau zu studieren. Wie Michelangelo tickte, das hat mir heute der Kunsthistoriker Klaus Schröder erklärt. Er ist Chef der Albertina in Wien eines Kunstmuseums. Und um ein bisschen Gossip reinzubringen, hat Klaus auch erzählt von seiner Bekanntschaft mit Brad Pitt. Mein Name ist Andreas Sator. Ich bin Journalist und ich versuche in diesem Podcast die Welt jede Woche ein bisschen besser zu verstehen. Das braucht Zeit. Darum lehne ich zurück, hole dir vielleicht noch eine Tasse Tee oder einen Kaffee und fangen wir an. Ja Klaus, gestorben ist er vor knapp 450 Jahren oder vor knapp 500 Jahren, Michelangelo. Warum sollte mich der 2023 noch interessieren oder warum interessiert er dich noch, dass er auch gerade eine Ausstellung zu ihm kuratiert? Ich finde ehrlich gesagt die Frage, warum uns etwas, das so weit zurückliegt, interessiert, für eine sehr wichtige Frage. Ich halte das nicht für eine oberflächliche Frage, ganz im Gegenteil. Denn in Tat und Wahrheit ist das Weltbild eines Menschen des 15. und 16. Jahrhunderts so vollkommen anders als unser eigener. Also der Glauben sitzt unendlich tief, man hat vor der Ewigkeit und vor der Verdammnis unendliche Angst. Es ist ein Zeitalter der Glaubenskriege, das könnte man bis zu einem gewissen Grad parallel setzen zu dem Clash of Cultures unserer Gegenwart. Aber alles in allem hat das 16. Jahrhundert mit seinen Päpsten, mit seinen Autokratien, mit seinen Monarchien nichts mit unserem demokratischen westlichen Verständnis heute zu tun. Daher ist diese Frage relevant und richtig, nicht falsch und oberflächlich. Es ist allerdings das Besondere an Kunst, muss aber erklärt werden, warum sie zwar aus einer ganz bestimmten Zeit heraus nur verstanden werden kann und nur in einer ganz bestimmten Zeit entstanden ist. Wir können uns nicht denken, dass Michelangelo genauso gut zufälligerweise als dasselbe Person im Hochmittelalter hätte geboren werden können. Oder im Frühmittelalter, dann wäre er nicht Michelangelo geworden. Oder im 20. Jahrhundert, auch dann wäre er nicht Michelangelo. Er ist nur aus seiner Zeit heraus zu verstehen, von seinen Auftraggebern heraus zu verstehen, von der Entdeckung der Welt, die in der Renaissance stattfindet, heraus zu verstehen. Und trotzdem überlebt in seiner Kunst etwas, das weit seine Zeit übersteigt. Was ist das, was ihn aus seiner Zeit heraus verständlich macht? Er ist in einer Zeit geboren, die an der Schwelle vom Mittelalter zur Neuzeit liegt. In seiner Lebenszeit wird Amerika entdeckt, obwohl Kolumbus das nicht weiß und denkt, er hat den Weg nach Indien gefunden. In seiner Zeit trennt sich der katholischen Kirche, der Prostatismus von der römischen Kirche. Die anglikanische Kirche unter Heinrich dem VIII. trennt sich. Es ist eine Zeit der Glaubenskriege, es ist eine Zeit, die von Pest, Armut und entsetzlichen Kämpfen der Bevölkerung geprägt ist. Und es ist eine Zeit, in der die Fürsten ein unendliches Repräsentationsbedürfnis haben. Es ist ein Fürst, insbesondere ein Monarch, ein absoluter Monarch, nämlich der Papst Julius II., der hier für Michelangelo eine wichtige Rolle spielen wird. Er wird ihm den Auftrag geben, das größte Grabmal der Geschichte zu machen für ihn. Dieses Grabmal wird Michelangelo jahrzehntelang beschäftigen und wird nicht vollendet werden. Wir verdanken diesem Grabmal die berühmten Sklaven des Michelangelo, Figuren, die heute im Louvre und an anderen Orten stehen. Wir verdanken diesem Grabmal den berühmten Moses des Michelangelo. Das alles hätte auf einem Grabmal sein sollen, aber es ist nicht vollendet worden. Und damit sind wir bei einem zweiten Punkt, der in dieser Zeit so typisch ist. Michelangelo arbeitet an großen Aufgaben und vollendet sie nicht. Etwas, das wir in der Moderne kennen. Wir kennen in der Moderne die Figur des Torsos, der Ruine, des Unvollendeten, das wir ganz besonders bewundern, das wir imaginiert vollenden. Mit Michelangelo beginnt die Vorstellung, dass auch ein unvollendetes Kunstwerk ästhetisch vollendet sein kann. Und mit Michelangelo beginnt noch etwas. Die Entdeckung der Antike, der antiken Literatur, der Philosophie ist das eine, des Humanismus. Auf der anderen Seite werden auch antike Skulpturen zum ersten Mal ausgegraben. Und das Entdecken einer antiken Skulptur wie jene berühmten des Laocon 1506 ist vergleichbar dem Ereignis der Mondlandung. Ich erinnere mich an diesen Tag sehr genau, an diese Nacht 1969, als wir vor dem Fernseher gesessen sind und zum ersten Mal diese wunderbaren Worte des Kommandanten von Apollo, Raumschiff, gehört haben. Und so war das 1506. Auf einmal gibt es das Gerücht, hier ist eine Figur ausgegraben worden. Und der Laocon, unvollendet, ein Torso, zerstört zum Teil. Michelangelo geht hin, dieser Torso muss sofort dem größten Fürsten gegeben werden, dem Papst Julius II. Er kommt in den Vatikan, wo er bis heute in den Sammlungen ist. Und Michelangelo wird plötzlich bestätigt, dass das Ideal des Menschen nicht in der Realität zu finden ist. Der Mensch ist unvollkommen. Er ist nicht ideal. Und das, was die Antike gemacht hat, ist nicht natürlich genug. Und er findet daher einen Weg zwischen dem antiken Naturideal und dem Studium der Realität, der dann für die nächsten 300, 400 Jahre zum Kanon schlechthin der Darstellung des Menschen wird. Aber ich muss das gleich wieder einschränken. Wenn ich sage, er findet einen Kanon, ein Ideal, das unübertroffen ist für die Darstellung des Menschen, so meine ich eigentlich für die Darstellung des Mannes. Denn die Frau, die nackte Frau, die interessiert Michelangelo nicht. Nicht, weil er vielleicht homosexuell war. Dafür gibt es tatsächlich einige Hinweise. Das ist aber nicht entscheidend. Sondern die Frau, die nackte Frau, als solche war für diese Epoche noch nicht interessant. Sie war, wenn sie Glück hatte, eine Venus. Aber wenn sie Pech hatte, war sie ein Laster. Als Tugend ist sie immer in ballende Kleider gehüllt gewesen. Sie ist gleichsam die Rückseite des Mondes. Wir wissen, dass die nackte Frau existiert. Sonst wäre die Menschheit längst ausgestorben. Aber wir sehen sie nicht an. So schafft Michelangelo selbst für seine Frauenfiguren, wenn er alttestamentarische Prophetinnen nach der Sixtinischen Decke malen muss, letzten Endes Männer gestalten, denen er im Nachhinein noch Brüste appliziert, sekundäre Geschlechtsmerkmale. Aber sein Ideal des männlichen Aktes ist von 1500 weg, vom David weg, über die Sklaven des Michelangelo, bis zu seinem Spätwerk, das Ideal bis 1800, aus dem Schatten Michelangelo, kann sich niemand lösen. Nicht einmal so große Künstler wie Peter Paul Rubens, der etwa all jene Michelangelo-Zeichnungen gesammelt hat, die wir heute in der Albertina besitzen. Und unter menschlich, du meinst eine Zeichnung von einer... Eine nackte Figur, einen menschlichen Körper, den männlichen Akt, den stellt er als erstes autonom dar mit dem David. Das ist ein, aus einem Block gehauene Gestalt, der David, der den Goliath erschlagen hat, ein schmalbrüstiger, kleiner Hirtensohn, der den unbesiegbaren Goliath besiegt, weil er die Schleuder besser zu schleudern weiß. Und das sieht man bis heute an der Figur des David. Da steht in Florenz seine Kopie auf der Piazza della Signoria und das Original in der Academia. Da schafft er aus einem ganz schmalen Block, den jeder, niemand wagt anzurühren, aus Carrara-Marmor, weil man ihn nur zerbrechen kann, eine Figur, die voller Anspannung ist, voller Kraft, innerlicher Kraft. Und das wird er immer weiterentwickelt. Die Figur des Michelangelo ist immer von inneren Kräften zerrissen, als ob das Zeitalter mit seinen Glaubenskämpfen, mit seinen gewaltigen Kriegen letzten Endes in jeder einzelnen Gestalt sitzt. Aber diese Gestalt des Heros, der die Welt bezwingen kann, der Kraft seiner eigenen Logik, seiner eigenen Dimension die Welt besiegen kann, ist nur für eine bestimmte Zeit gültig, für etwa 300, 400 Jahre. So wie der Buchdruck für eine bestimmte Zeit gültig war und heute abgelöst wird von einem digitalen Zeitalter, so war auch Michelangelo's Kanon mit einem Ablaufdatum versehen. Mit der Industrialisierung, als die Massenkriege begonnen haben und als eine Kanone den Helden plötzlich irrelevant erscheinen lässt, ist auch dieses Ideal Michelangelo's letzten Endes veraltert gewesen und kann nicht mehr überleben. Aber als ästhetisches Ideal ist es bis heute unübertroffen und wird daher von hunderttausenden Menschen in Ablauf gesucht, wo er die Sixtinische Kapelle ausgemalt hat, zuerst die Decke, dann das jüngste Gericht an der Altarwand, wo er seine Skulpturen gemacht hat und daher wird er bis heute auch in der Albertina aufgesucht, bei dieser Ausstellung, die sich beschäftigt mit den Folgen dieses Kanons. Michelangelo, die Folgen. Ich war dort, fand das sehr interessant und ich finde es auch spannend, du hast jetzt erzählt, man hat sich beschäftigt mit der Antike und dem Körperbild da und das war, wenn man sich jetzt, ich denke da jetzt an Herkules und an diese Figuren, die man auch aus dem Fernsehen kennt, sehr unrealistische Körper, der hat das dann ein bisschen angepasst, aber eigentlich, dass so, wenn ich jetzt einkaufen gehe und ich probiere da ein Shirt und dann sieht man da meinen Bauch, weil sie ist geschnitten für eigentlich einen muskulösen Mann, der ich nicht bin, dann bin ich da geprägt quasi von dem, was Michelangelo und andere Leute auf der Zeit... Vollkommen richtig. Vollkommen richtig. Wenn wir heute treuer sehen mit Brad Pitt, dann glauben wir, mein Gott, diesen Körper hätten wir gerne. Also auch diesen Körper, ich kenne Brad Pitt persönlich, hatte der nur wenige Wochen während der Aufnahmen. Dafür wird er aufgepimpt und zwar nur in jenen Körperpartien, die man im Film sieht, die filmtauglich sind und filmrelevant sind und dieses Ideal, das er hier vor sich her trägt, von dem wir glauben, so würden wir gerne aussehen, das denkt er sich auch, so würde er auch gerne aussehen. Und da das nur für wenige Wochen ist, ist es auch nicht gesundheitsschädlich, aber dieses Ideal ist das Ideal des Michelangelo. Eigentlich ein völlig künstliches Ideal und so wie es wahrscheinlich nie gut ist, wenn wir Idealen nacheifern, die wir gar nicht erreichen können und unter dem Nicht-Erreichen womöglich dann leiden. Der Leidensdruck ist kein erstrebenswerter Zustand, so ist das hier wohl mit dem Michelangelesken Ideal. Aber es ist natürlich auch immer wiederum schön, wenn man einer Utopie begegnen kann, einem idealen Leib, den man bewundert, obwohl man ihn selber nie erreichen wird. Und die Schönheit der Michelangelo-Akte ist nicht nur oberflächlich schön, wie vielleicht der Brad Pitt-Körper in dem Film Treuer, sondern er ist auch ein Zeichen der inneren Zerrissenheit. Der Mensch ist ja nicht aus einem Guss. Wir haben Abgründe, wir haben Widersprüche. Und ich rate jedem, der eine unserer Michelangelo-Zeichnungen sieht, einmal ganz kurz für einen Augenblick, für wenige Sekunden, die Haltung einzunehmen, die dieser männliche Akt einnimmt. Und dann merkt man plötzlich, wie die Schulter und die Hüfte und die Knie alles in verschiedene Richtungen gehen. Man sagt, das kann ich gar nicht, da zerreißt es mich. Dieses Zerreißen, weil die gegenläufigen Kräfte so stark sind, wird zum Ausdrucksträger einer inneren Zerrissenheit. Und das macht ihn ideal für das 20. und 21. Jahrhundert. Ein ganz anderer großer Renaissance-Künstler, Raphael, würde das nie tun. Raphael ruht in sich. Das ist ein idealer Körper, bei dem Seele und Geist im Einklang stehen. Das ist jene Schönheit, die wir im 19. Jahrhundert heute manchmal etwas langweilig finden. Diese Madonnenbilder, ganz ruhig, unberührt von irgendwelchen Zweifeln, Selbstzweifeln oder Kämpfen. Michelangelo ist zerrissen. Und diese inneren Kämpfe stehen uns viel näher als wahrscheinlich das Ideal des Raphael. Jetzt muss ich kurz zwischenfragen, woher kennst du Brad Pitt? Er hat die Albertina besucht, als er noch mit Angelina Jolie zusammen war und bei deinen Schiele besitzt und hat mich dann zu diesem Schiele befragt. Toll. Ein bisschen zurück in die Zeit von Michelangelo. Du hast es schon erzählt, er hat da diesen Stein, diesen Marmorstein angefasst und daraus aus einem Guss so die David-Figur gemacht. Handwerklich unglaublich. Woher hat er denn das gelernt? Wie kann man sich denn das vorstellen? So ein Renaissance-Künstler. Wo hat er angefangen quasi zu üben und der Lehre gemacht? Wie funktioniert das damals? Das ist tatsächlich so. Man geht in die Lehre. Man geht nur viel früher in die Lehre als bei uns heute. Und da ist in die Lehre bei einem Maler gegangen, Gellandeio, den man heute noch kennt, und ist in die Lehre bei einem Bildhauer gegangen, in Bologna. Wo auch ein Frühwerk von ihm in St. Petronio an einem Grabmal zu sehen ist, eine einzige Figur. Man lernt, wie man den Stein behaut. Aber es will nicht nur der Mythos, sondern ist wahrscheinlich die Realität. Wie in kurzer Zeit hat der Schüler den Lehrer übertroffen. Ein Schicksal, das alle Lehrer der großen Renaissance-Genie sehr ereilt hat. Renaissance kennt neben Michelangelo nicht nur den Raphael, sondern auch Leonardo da Vinci. Und auch Leonardo hat einen Lehrer bei Rocchio. Und auch der hat den Pinsel auf die Seite gelegt, als Leonardo, sein Schüler, nur an einer einzigen Figur, die er auf einem Altarbild hinzufügen sollte, einfach übertroffen hat. So war das auch mit Michelangelo. Hier entstehen zum ersten Mal Künstler, die wir als Individuum wirklich fassen können. Das kennen wir vom Mittelalter her nicht. Viele Meisterwerke des Mittelalters sind überhaupt namenlos über uns hergekommen. Das waren Werkstätten. Da prägt sich nicht eine Figur heraus, die einen Namen hat, von der man weiß, wie er gelebt hat, wann er geboren, wann er gestorben wurde. Und in diesem Zeitalter des Humanismus, der Renaissance des 15. und 16. Jahrhunderts, in der Michelangelo lebt, werden die Künstler plötzlich wirklich greifbare Figuren mit einem Leben, mit einer Schicksal, mit einer Biografie. Und sie werden vergöttert. Sie werden geradezu schon zu Lebzeiten verehrt. Auch dafür erfindet die Zeit sehr interessante Bilder. In der Antike kommt es einmal zur mythischen Begegnung von Alexander dem Großen und seinem Hofmaler Appelles. Und als Appelles der Pinsel hinunterfällt, bückt sich der große Alexander und hebt ihm den Appelles auf. Das ist so ein einprägsames Bild der Unterordnung, der politischen Macht und die geistige Macht der Kunst gewesen, dass man im 16. Jahrhundert das wieder angewendet hat. Und so hebt dann Kaiser Karl V., der mächtigste Kaiser, bis in dessen reich die Sonne nicht untergeht, fiert sie an den Pinsel auf und gibt in ihm. Und dasselbe ist mit Michelangelo. Mit ihm war nicht gut Kirschen essen. Man kann sich die Macht eines Papstes wie Julius II., der den Kirchenstaat, der groß und mächtig war, in dem, was später Italien heißen sollte, gar nicht groß genug vorstellen. Und dennoch lögt hier der Stachel dagegen. Und Michelangelo ist alles andere als ein untertäniger Handwerker. Er kann letzten Endes seine Unabhängigkeit als Genie gegenüber den Medici, die Florenz beherrschen, gegenüber dem Papst in Rom behaupten. Man sucht Michelangelo so sehr und weiß, dass er nicht zu ersetzen ist, dass die politische Macht diesem Eigenbrötler sich unterordnet. Dasselbe gilt für Raphael oder für Leonardo. Dieses Dreigestirn beherrscht die italienische Renaissance um 1500. Und Renaissance, das ist nichts anderes. Das Wort heißt ja Wiedergeburt. Der Renaissance, Wiedergeborensein, ist die Wiedergeburt der Antike aus dem Geist der Wissenschaft, der Forschung, der Gegenwart eben des 16. Jahrhunderts. Und das hat dann aus dem Künstler auch das gemacht, aus dem wir ihn heute sehen. Also nicht mehr so der einfache Handwerker, der jetzt irgendwo in der Kapelle was malt, anonym, sondern zu einer Persona, die drüber steht. Das Bild des Künstlers, wie es in Italien um 1500 geprägt worden ist, ist bis heute das gültige Bild des Künstlers. Auch das Bild, dass Genie und Wahnsinn nahe beieinander liegen können. Sogar auf Michelangelo selber hat man das bereits angesetzt. Aber vor allem dieses Bild auch der Einsamkeit des Künstlers identifizieren wir ganz stark mit dem des Michelangelo Buonarroti. Sein Nachname, Familienname ist Buonarroti. Denn als er die Sixtinische Decke malt, mit der berühmten Geburt des Adam, der Eva, dem Sündenfall, den Ignu, die den nackten Körpern, die schwere Medellons tragen müssen, ist er, der diese gewaltige Decke malen muss, alleine. Gebückt, gekrümmt, unter größten Schmerzen, malt er in relativ kurzer Zeit hier im frühen 16. Jahrhundert diese Sixtinische Decke aus. Und noch einmal 20 Jahre später schließlich das jüngste Gericht. Der hat gar keine Assistenten oder so gehabt. Die Assistenten haben ihm die Farben angerieben. Das ist alles mineralischen Ursprungs. Man muss die Steine zermalmen, sie mit Bindemitteln versehen. Das ist etwas, das die Assistenten machen. Aber das Bild selber malt er dann. Das Fresco selber malt er dann schließlich allein. Das ist etwas ganz Neues und etwas ganz Besonderes. Die Handschrift des Künstlers wird so sehr bewundert, dass sie nicht mehr ersetzbar erscheint durch eine Werkstätte. So sammelt man daher auch sehr früh schon seine Zeichnungen. Wenn wir heute vom Kanon des idealen Männeraktes sprechen, des nackten männlichen Körpers, den Michelangelo geprägt hat, so sind es ja nicht sehr viele Kunstwerke, die dieses Ideal festgelegt haben. Es gab einen berühmten Wettbewerb zwischen Michelangelo auf der einen Seite und Leonardo da Vinci auf der anderen Seite. Die Stadt Florenz hat in ihrem Rathaus beauftragt, die beiden Künstler jeweils ein Schlachtengemälde zu malen. Eine Schlacht, in der die florentinische Armee, die florentinischen Soldatenessieger hervorgegangen sind. Einmal gegen die Sienesen und einmal gegen die Pisaner. Die Schlacht von Angeri wählt sich Leonardo da Vinci. Die Schlacht von Cascina wählt sich Michelangelo. Leonardo malt seine Schlacht fertig, aber mit so neuen experimentellen Farben, dass das Fresco sehr schnell zerstört war. Wenn es denn überhaupt heute noch existiert, dann ist es übermalt worden. Möglich, dass es existiert, aber übermalt unter einem späteren Fresco, weil es sich selbst zerstört hat. Michelangelo kann sein Werk überhaupt nicht beginnen. Er zeichnet nur Vorzeichnungen, einen Karton und dann wird er von Papst Julius II. von Florenz weggerufen nach Rom. Dieser Karton galt als die Schule des 16. Jahrhunderts. Diesen Karton haben alle sehen wollen. Die Künstler sind nach Florenz gepilgert und sehen sich diese Männerakte an. Zum ersten Mal studiert einer wirklich einen nackten Menschen in den verschiedensten Haltungen. Denn Michelangelo wählt eine Schlacht von Cascina, in der Folgendes passiert. Die Soldaten in Florenz baden, erholen sich im Arno, sind nackt. Das begründet ihre Nacktheit. Das ist nicht mehr künstlich gesetzt. Und sie werden dann überrascht von den Sienesen, die plötzlich über sie hereinfallen. Also müssen sie aus dem Fluss herausspringen, nach den Lanzen greifen, nach dem Gewand. Und er kann sie daher bei dieser Gelegenheit in unterschiedlichsten Körperhaltungen erzeigen. Und das studieren die Zeitgenossen so sehr, zerschneiden den Karton. Und nichts mehr von diesem Karton ist erhalten als zwei Kopien. Und nur ganz wenige Zeichnungen haben sich erhalten. Schon deswegen auch, weil Michelangelo offensichtlich hunderte Zeichnungen verbrannt hat am Ende seines Lebens. Aber diese Zeichnungen, so spärlich sie waren, waren eben so ein Ideal, dass Rubens sie mit teuerstem Geld gekauft, gesammelt hat und schließlich besessen hat und auf eine Zeichnung, die Albertina besitzt und die jetzt ausgestellt ist, draufschreibt, Schöneres hat kein menschliches Auge je gesehen. Das hat Rubens draufgeschrieben auf die Michelangelo-Zeichnung. Toll. Michelangelo hat ja auch Leichen seziert. Also der wollte ganz genau wissen, wie die äußerliche Bewegung eines Muskels innerlich begründet ist. Es genügt ihm nicht nur die Oberfläche der Haut zu studieren, der Epidermis des Muskels, soweit er erahnen kann, sondern er will wissen, wie ist dieser Muskel gebaut, wo schließt dann die Sehnen an, wie ist der Knochenbau. Das hat auch Leonardo gemacht. Natürlich war das nicht ganz einfach. Damals ist das sehr schnell mit Leichenschänderei, mit Hexerei, mit unchristlichem Tun verbunden gewesen. Aber er hat das getan und das ist wohl auch ein Fundament dafür, dass sein Studium der antiken Körper, die er in den Skulpturen sieht, die man ausgräbt wie den Laokon und andere Skulpturen, den Apollo von Belvedere etwa, dass er diese Steine mit Leben erfüllen kann. Er weiß, wie der Körper funktioniert. Er weiß, wie die innere Muskulatur angespannt sein muss, damit eine bestimmte Haltung glaubwürdig zu uns kommt. Und darin ist er tatsächlich übertroffen. Jetzt hast du schon gesagt, er war zu Lebzeiten schon sehr erfolgreich, sehr angesehen. Wie kann man sich das damals vorstellen? Wir haben über Brad Pitt geredet. Wenn man heute berühmt ist, jeder kennt einen. Man ist sehr wohlhabend. Wie war das bei Michelangelo? Dieses Tatum, das es heute natürlich gibt, hat es nicht gegeben. Auch nicht die Vervielfältigung eines Images, sodass man, wie er das damals in Wien gemacht hat, als Mr. und Mrs. Black kurioserweise sich eingecheckt hat im Hotel, dann möglichst lange Zeit unerkannt zu sein. Das hält dann ungefähr für eine Stunde. Und dann stehen alle Fernsehkameras da und er ist wieder untergetaucht. So war das natürlich nicht. Aber tatsächlich suchen natürlich nicht die Leute auf der Straße den Michelangelo, sondern die Fürsten, die Könige, der französische König, der deutsche Kaiser, der Papst. Und irgendeiner kriegt den. Die anderen kriegen ihn nicht. Bei Leonardo war es anders. Am Lebensende kann er schließlich vom französischen König abgeworben werden. Und er geht nach Paris, er stirbt in Frankreich, in Amboise. Aber das ist ein Wettkampf, der nicht auf der Straße mit den Massen ausgefochten wird, sondern zwischen der politischen Elite, die das Vermögen verfügt, große Aufträge geben zu können. Denn damals wird ja Kunst nicht autonom geschaffen und später auf einen anonymen Markt gebracht. Bin neugierig, wer meine Zeichnungen kauft, wer mein Gemälde erwerben möchte. Sondern jedes Werk ist das Ergebnis zuerst einmal eines Auftrags. Und der Auftrag wird definiert vom Fürsten selber. So gesehen kann man die Massen, die heute wohin stürmen, um Tom Cruise zu sehen oder vielleicht auch Georg Baslitz oder Gerhard Richter, nicht vergleichen mit dem Kampf der Eliten um die größten Geister der Weltgeschichte. Und hat ihn das reich gemacht? In einem Ausmaß, wie wir uns das jetzt vorstellen würden, gar nicht. Nicht im Entferntesten. Denn der Reichtum lag natürlich wieder einmal bei den Fürsten, die eben Zehntausende und Hunderttausende Hände für sich haben arbeiten lassen können, die über Heere verfügt haben und über Güter und Ländereien. Was Kaiser Maximilian, der immer Schulden gemacht hat, und der letzten Endes sich leisten konnte durch die Kredite der Fugger, war nur möglich, weil er Ländereien hat. Und Michelangelo besitzt keine Ländereien. Wann war der Moment, wo Michelangelo so richtig berühmt geworden ist? Berühmt ist er gleichsam über Nacht worden mit der römischen Pietà. Das Thema der Pietà, der Beweinung des toten Christi, wird ihn sein Leben lang beschäftigen. Und er hinterlässt später mehrere Fragmente bis ins hohe Alter, weil er das Thema nicht verlässt, dass hier ein Mensch stirbt, Jesus, und im Augenblick des Todes wieder Gott wird. Aber sein allererster Pietà, die sogenannte römische Pietà, die er in St. Peter gemacht hat und wo sie steht, war vielleicht der Durchbruch schlechthin für ihn. Was ist dabei dargestellt? Wir sehen die Maria als eine sehr junge, schöne, wunderschöne Frau, also eigentlich nicht angemessen dem Alter, das sie haben müsste, weil ihr Sohn ja hier mit 33 Jahren auf ihrem Schoß tot liegt. Sie ist viel, viel größer als Jesus selber. Das merkt man aber nicht. Es gelingt ihm diesen Größenunterschied, wie der Maria aufstehen und Jesus neben ihr stehen, dann wäre er um eine halbe Leibeskörpergröße größer. Aber es gelingt, das so natürlich einzubetten, dass man denkt, sie sind gleich groß. Damit hat sie in diesem wuchtigen Leib, in dem wallenden Gewand ihren toten Sohn auf dem Schoß. Und dieser Sohn ist in dem Augenblick, in dem er Mensch war, zu sehen, denn er ist schlaff, er ist wirklich tot. Kein Gott kann wirklich tot sein, nur ein Mensch kann tot sein. Es ist der Beweisergebung. Der Gottessohn ist Mensch und Fleisch geworden. Gleichzeitig ist er wieder Gott, denn er ist in idealischen Schönheit gesehen. Keine Wunden der Marter, der Passion, keine Hiebe der Geißeln, keine Wundmarkmale, die den Körper verstümmeln würden, die ihn hässlich erscheinen lassen. Die Antike hat am Frühchristentum nie verstanden, wie kann das Christentum an einen Gott glauben, der hässlich ist, der leiden muss, der man schlägt, der man peinigt. Und bei Michelangelo sieht man dieses Umschlagen des Augenblickes, der Mensch stirbt, er ist tot und schlaff, er lässt alles hängen und das wird umso deutlicher spürbar und empfindbar für jeden Menschen, der das sieht, weil diese Muskeln stark sind. Sie könnten stehen, sie könnten Kraft ausüben, aber sie erschlaffen im Augenblick des Todes. Und die idealische Schönheit des Gottes ist wieder da. Das ist so ideal gelungen in einer pyramidalen Komposition, aus einer Pyramide geschnitten, dass die Zeitgenossen gesagt hat, so eine Pietà wurde noch nie zuvor dargestellt. Und da ist er berühmt geworden und das hat sich dann beim David natürlich auch bewiesen. Und berühmt hieß dann damals, unter den Künstlerkollegen anerkannt, unter den Fürsten? Unter den Fürsten, natürlich unter den Künstlern, klar, aber das hätte keine weiteren Konsequenzen, außer vielleicht Neid, Streit. Und tatsächlich ist Michelangels Physiognomie beeinträchtigt. Er hat eine eingeschlagene Nase. Ein Streit mit einem Künstler in seiner Werkstatt, Jugend, Gesellenzeit, hat dazu geführt, dass der ihm die Nase zertrümmert hat, das Nasenbein so zerbrochen hat, dass er bis an sein Lebensende eine Boxernase eigentlich hatte. Aber berühmt für die Fürsten. Und daraufhin ruft ihn Julius II. weg von Florenz nach Rom. Und wenn der Papst ruft, dann kann man nicht Nein sagen. Gestorben ist er denn recht alt, mit 89 Jahren. Du hast vorhin gesagt, er hat dann hunderte Zeichnungen verbrannt. Weiß man warum? Haben ihn irgendwie alle bewundert, aber er selber hat sich gedacht, das ist ein Schmoren, oder? Ja, das ist tatsächlich eine Tragik. Wir wissen nicht, wie viele Zeichnungen, aber es ist sehr gut überliefert, dass er Zeichnungen verbrannt hat, und zwar hunderte. Es ist auch völlig klar, dass all diese Sklaven, die er in Stein gehauen hat, und der David, Vorzeichnungen haben mussten. Auch die Pietà. Dahinter steht zwar hinter so einer Figur ein platonisches Ideal. Das Ideal besagt, dass im Steinblock selber schon die Skulptur enthalten wäre, und man müsse sie nur rausschälen. Das ist aber nur eine Vorstellung. Natürlich muss der Künstler vorhin das ganz genau zeichnen, wo setzt er an, wie behaut er den Stein, um die Figur rauszukriegen. Das heißt, für all diese Skulpturen, für den Moses, für all diese Ignudi, für das jüngste Gericht, für jede einzelne Figur, muss es Zeichnungen gegeben haben. Aber insgesamt gibt es von Michelangelo, je nach Schätzung, zwischen 40 und 200 Zeichnungen. Und das inklusive der architektonischen Zeichnungen, die er hinterlassen hat. Also nur einen Bruchteil dessen, was er damals gemacht haben muss. Wenn man jetzt noch weiß, dass in seiner Zeit zum ersten Mal die Zeichnung als eigenes Medium gesammelt wird und teuerst bezahlt wird von Sammlern, weil in der Zeichnung als der kürzesten Verbindung vom Kopf über das Herz in die Hand auf das Papier, man denkt, das Genie geradezu am nächsten zu spüren und zu sehen, wundert man sich, dass er das zerstört hat. Er hat es getan. Er hat in seinem Zweifel, er war wohl wirklich ein Grübler, er war ein Selbstzweifler, er war jemand, der an der Welt verzweifelt ist, der die Welt verachtet hat. Dieses Contemptus Mundi muss dazu geführt haben, dass er hunderte Blätter vernichtet hat. Und wir heute immer noch streiten, ob wir bei manchen Zeichnungen eines der wenigen Originale haben, die es gibt, oder womöglich eine Kopie nach einer Zeichnung. Denn viele dieser Zeichnungen, die auch vernichtet worden sind, sind schon im 16. Jahrhundert von seinen Schülern, von seiner Werkstätte kopiert worden. Er hatte ja einige Schüler, die berühmt geworden sind und später berüchtigt. Einer, der Daniele der Volterra, der besonders nahe stand, der ihm geholfen hat, der selber dann ein Figurenideal entwickelt, das eins zu eins von Michelangelo abgeleitet ist, muss im Zeitalter der Gegenreformation, als die katholische Kirche gegen den Protestantismus, gegen die Lutheraner kämpft, die Nacktheiten des Michelangelo beseitigen. Und er wird dann zum Charme-to-Maler degradiert und muss an dem jüngsten Gericht des Michelangelo vor jedem Geschlecht ein kleines Tüchlein drüber malen. Ausgerechnet der, dem er am meisten vertraut hat, ausgerechnet der Schüler, der seinen Lehrer am meisten verehrt hat, mir zu demjenigen, der ein ganzes Fresco leicht verstümmeln muss, womit wir heute umgehen können. Und der hat auch einige Zeichnungen, die verloren sind, kopiert, sodass wir die Kopien kennen. Lieber Klaus, danke für deine Zeit. Gerne, Dankeschön. Für mich war das ein total faszinierendes Gespräch. Ich könnte Klaus noch vieler Stunden zuhören, aber das sind drei Dinge, die ich mir heute mitnehme. Erstens, Michelangelo war ein Genie, hatte aber auch stark an sich gezweifelt und vor seinem Tod hunderte seiner Zeichnungen verbrannt. Das ist die Tragik der Geschichte, dass sehr viele Menschen, die Großartiges leisten, extrem an sich selbst zweifeln. Zweitens, Michelangelo lebte in einer Zeit großer Umbrüche, Kriege, Pest, Hungersnöte und Konflikte. Und diese Konflikte spiegeln sich auch in seiner Kunst. Drittens, er hat die Renaissance mitgeprägt und damit eine Zeit, in der der Künstler, den wir heute kennen, entstanden. Weg von einem einfachen Handwerker hin zu einer Person, die seinen ganz persönlichen, individuellen Stempel in einem Gemälde oder in einer Stangtour gibt. Mich würde von dir noch interessieren, gibt es Künstler, die dich besonders faszinieren und zu denen wir vielleicht noch Podcast-Folgen aufnehmen sollten? Dann schreibe es bitte in die Kommentare. Lass ein Like und ein Abo da, um meine Arbeit zu unterstützen und schau sehr gerne auch mal in die anderen Videos in meinem Kanal. Wir hören uns! Musik 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017